Heute geht es rasant zu. Robert und seine Freunde bauen eine Seifenkiste. Aber was ist eigentlich eine Seifenkiste? Und was macht man bei einem Seifenkistenrennen? Das alles erfahrt ihr heute bei Robert Knows. Autsch! Das war mein Finger! Entschuldige, aber das hält einfach nicht. Was macht ihr da? Wir bauen Seifenkisten für das Playmo City Seifenkistenrennen. Und ich werde gewinnen! Stimmt doch gar nicht. Du wirst mich nur noch von hinten sehen, kleiner Bruder. Puh, mit dieser lahmen Seifenkiste doch nicht. Aber sag mal, warum heißen die eigentlich Seifenkisten? Ursprünglich hießen sie Kinderautomobile. Den Namen Seifenkiste verdanken sie dem amerikanischen Fotografen Myron E. Scott. Er hatte 1933 Jugendliche dabei beobachtet, wie sie einen Rennwagen aus Verpackungskisten von Seife und Käse herstellten. So nannte er die Rennwagen kurzerhand Seifenkisten. Aha! Und seit wann gibt es Seifenkistenrennen? Das erste Kinderautomobilrennen fand 1904 in Oberurse bei Frankfurt am Main statt. Die späteren Seifenkistenrennen haben sich aber dank Myron E. Scott unabhängig davon in den USA entwickelt. Dann gibt es die ja schon ewig! Allerdings! Schön und gut. Aber wenn wir rechtzeitig fertig werden wollen, müssen wir jetzt weitermachen. Ich möchte auch gerne eine Seifenkiste bauen. Das sieht nach einer interessanten Herausforderung aus. Au ja! Dann kannst du auch beim Rennen mitmachen. Aber wie genau baut man denn eine Seifenkiste? Ist das nicht in deiner Datenbank? Leider konnte ich dazu keine genauen Informationen finden. Es ist eigentlich ganz leicht. Eine Seifenkiste darf keinen Motor haben. Sie rollt also nur, wenn es bergab geht. Genau. Außerdem braucht sie eine Bremse und muss eine Lenkung haben. Das hört sich unkompliziert an. Ja dann, wer als erstes fertig ist! Und dann geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Fertig! Fertig! Ach du meine Güte, Robert, das ist ja eine Rakete! Ja, ist das nicht erlaubt? Ich konnte in den Regeln nichts dazu finden. Nein, nein, keine Sorge, das ist erlaubt. Es ist nur sehr einzigartig. Ach so, nun, ich bin ja auch sehr einzigartig. Ja, das stimmt. Wir müssen los, sonst verpassen wir noch den Start. Ich bin so aufgeregt! Ich auch. Ich kann mich schon gar nicht mehr an die Regeln erinnern. Die Regeln eines Seifenkistenrennens. Die Rennstrecke ist 250 bis 500 Meter lang mit einer leichten Steigung, sodass die Seifenkisten eine maximale Geschwindigkeit von 60 kmh erreichen können. Alle Fahrer müssen einen Helm tragen und die Fahrzeuge werden vor dem Rennen auf ihre Sicherheit geprüft. Zum Beispiel, ob die Bremsen funktionieren oder ob die Seifenkiste den Anforderungen entsprechend gebaut ist. Danke, Robert, aber das war nur ein Witz. Natürlich weiß ich, was die Regeln sind. Oh, ach so. Moment mal. Das geht so nicht. Äh, ist alles in Ordnung? Nein, ganz und gar nicht. Dieser Roboter kann nicht am Rennen teilnehmen. Es ist nur für Kinder. Aber wo steht denn in den Regeln, dass eine künstliche Intelligenz nicht beim Seifenkistenrennen mitmachen darf? Das, das steht hier bestimmt drin. Moment. Ich bin mir sicher. Das muss hier doch stehen. Ich bin mir sicher. Es steht tatsächlich nicht in den Regeln. Du darfst also mitmachen. Juhu! Ein spannendes Rennen erwartet uns heute in Playmo City. Alle Fahrer sitzen schon in ihren Seifenkästen und da kam auch schon das Startsignal. Wahnsinn! Alle Fahrer legen eine gute Geschwindigkeit hin. Aber Moment! Oh nein! Da hat es jemanden gegen die Wande gesetzt. Das war wohl nichts. Alle anderen Fahrer sind noch gut dabei. Die Rakete geht in Führung. Und? Und? Kommen wir nun zur Siegerehrung. Gewonnen hat... Die künstliche Intelligenz? Robert Parker. Robert! 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 Lisa! 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 Ich muss schon sagen, Robert, in dir steckt ein echter Rennfahrer. Nein, das wüsste ich. In mir sind nur Kabel und Platinen. Hahaha! Leider! Bis zum nächsten Mal, Kinder! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020